Hallo zusammen, ich frage euch sicher, wie ich mich in dieser Zeit beinhaltet. Ich versuche täglich Pilates zu machen und davon möchte ich euch gerne einen kleinen Ausschnitt zeigen. Wir einatmen und wir ausatmen und wir wirbel für wirbel zurück auf die Matte. Und wir einatmen und ausatmen, wir wirbel für wirbel wieder nach oben. Blick immer zum Bauchnabel und ausatmen, wir kommen wieder nach oben. Eine schwere Variante, wir strecken die Beine, starten vorne in die Position und gehen wieder wirbel für wirbel zurück auf die Matte. Und wir einatmen und ausatmen, wir kommen wieder nach oben. Wir nehmen die Hand neben den Körper, wir tun ein Bein zur Decke strecken, wir ziehen das Bein zum Körper und ausatmen. Wir machen eine Rotation im Hüftgelenk. Einatmen zum Körper und in die andere Richtung. Auch hier schönen wir euch im Atemrhythmus. Wir lösen und das Bein wechseln. Einatmen und ausatmen, wir kommen wieder nach oben in die Hüfte und in die andere Richtung. Wir lösen, wir beide Beine ausstellen, wir einatmen und ausatmen, wir kommen schön wirbel für wirbel hoch in die Streckung. Wir ausatmen, oben einatmen und ausatmen, wir kommen schön wirbel für wirbel zurück auf die Matte. Wir bleiben oben in die Position, wir tun ein Bein zur Decke strecken, einatmen und ausatmen, wir gehen in die Verlängerung vom Bein. Einatmen zurück zum Körper. Auch das schöne euch im Atemrhythmus. Wir lösen und das Bein wechseln, auch hier wieder zur Decke, einatmen und ausatmen. Einatmen zurück zum Körper. Wir lösen und gehen wieder wirbel für wirbel zurück auf die Matte. Wir kommen beim Oberkörper gerade nach oben. Blick zum Bauchraben, Becken von uns wegkippen, ein Bein zu uns ziehen und wechseln. Wir gehen einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Wir gehen das Bein wechseln, wir gehen einatmen und ausatmen. Wir strecken das Bein und machen genau das gleiche. Wir gehen einatmen und ausatmen. Den Oberkörper immer schön abkippt halten und den Blick zum Bauchnabel. Wir machen eine kleine Pause. Wir nehmen die Knie zu den Brusten und rotieren. Versuchen, schön tief zu atmen. Und wir gehen wieder in die Position und nehmen die Hände parallel zu der Matte. Wir gehen einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und die letzte Bauchübe mit den Händen hinter den Kopf nehmen und den Ellbogen und Knie zusammenführen. Auch hier immer schön atmen. Wir machen noch eine kleine Pause, nehmen die Knie zu den Brusten und rotieren. Wieder schön tief atmen, schön erholen. Wir stellen die Beine noch einmal hüftbreit an. Wir stellen einatmen und ausatmen. Wir kommen noch einmal Wirbel für Wirbel nach oben. Wir stellen einatmen. Wir stellen die Beine strecken. Einatmen, wir gehen nach vorne. Und ausatmen, wir kommen noch einmal Wirbel für Wirbel nach oben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spass beim weitertrainieren. Und bleiben jetzt fit und gesund. Tschüss. Fahrläuvers. ب